Jo Moinly, Flüte und Ahoi, liebe Land, Ratten und Mädchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Voyager Elite Force Virtuelle Voyager Let's lauf durch die Voyager Yeah Wir müssen noch immer den Sicherheitscode finden Wobkern Wo immer der sich befindet Dann zwei Aufgaben haben wir ja mal Wahrscheinlich an Bord von einem Borgschiff oder so Wahrscheinlich Da ist die Maschine rum, das weiß ich Ich würde es nur mal als andere hier abklappern So viel dazu Das könnte man als Soundeffekt verwenden So als WhatsApp Nachrichten Nö, nicht Okay Wir sind doch vertrauenswürdig, wir sind jetzt Lieutenant Ja echt, hallo So wie hier So, selbe Computer hier mit Wobkernausstoß, als wenn wir eine Mission machen mussten Sicherheitszutritt erforderlich Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Hallo Ja, du bist wenigstens nett Was hat dir einen guten Tag? Das muss ich mal ausnutzen Oh Oh, Statue hier von unten Tel's hier Tel's hier Juhu Fünf von neun Bald haben wir Slammler's bei Und das ist ja wohl Kaniadeck haben wir auch, glaube ich, drinne vor, ne In der Serie Jetzt laufst du nicht weg Besatzungsmitglied Hey, sorry, bin beschäftigt Besatzungsmitglied Weil so ein Vulkan ja mit Hey, sorry, bin beschäftigt Auch sicherlich reden würde Er ist schon lang unter den Menschen Ja, wahrscheinlich So, Kontroll, das ist dieselben Computer, die aus der Mission Um die Delizium Matrix abzukoppeln, müssen die Energierelais durchtrennt werden Ja Ja Wie macht man das? Es ist, wie gesagt, aus der Mission Und wenn du dich noch dran erinnerst Ähm Ja Ja Sie sind dann die Relais und so, aber Du weißt, er hat keinen Zugriff Existionheit So Schweinerei Geht's nicht rein? Gut, dann sind wir hier durch Hier ist nichts mehr Gut, es gab eine Figur Boop-Kern, den kann man noch scannen, aber... Und noch abstoßen? Ne, leider nicht Dann hat Torres wieder einen miesen Tag Wenn man das macht Gut, dann Sie haben schon wieder getan Bitte wählen Sie ein Deck Ähm... Computer-Kern? Ja Deck 9, komm Vielleicht... Das nehmen wir doch Da halten wir daher ein Thema Zugriff Auf irgendwas Auf die geheime Quartiere vor allem Entschuldigen Sie Ja Da Nö, 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 nö Gott, reichlich Ah, das ist doch das Deck Wo man auch mal rumgelaufen ist Irgendwie, oder? Ja Was ist denn da los? Das ist ja spannend Echt Besatzungsmitglied Sorry, ich habe hier zu tun Okay Ja, guck mal, der Gang ist wieder repariert Das ist das Feld, das wir, wo wir so ein Eindämmungsfeld erschaffen haben Genau Ich hoffe, wir tun das Richtige Ja, Munro? Haben wir euch gerade irgendwo bei gestört? Sir Oh, Vorsicht! Vorsicht! Okay AAAAAAAA Tot Oh, klar Wir tolle Voyager Alter Okay Okay Ähm Die Schiffersröhren Hier Äh Halbtot Da Äh, ist aber Da gibt es sicher auch irgendwo eine Statue Vermute ich fast Irgendeiner von der Deck Boah, Alter Ich finde die nie wieder raus, glaube ich Ach, hey Okay Okay Äh Haben wir das schon? Ne, also in der Laterbildschirm ist das jetzt nicht der Computer-Kern? Hm, könnte sein War der mal eine Serie? Nö, ich glaube nicht Aber falls James Chakot hier zuguckt, der weiß das mit Sicherheit Da! Alter, wo geht's? Da kannst du bestimmt drunter springen Ja, ist klar Wo in der Voyager gab's denn so ein tiefes Loch? Computer-Kernkonsole Zugriffscode akzeptiert Yeah Yeah Okay, neue Missionsziele Ah, Deck 15, genau Versuchen Sie Deck 15, okay Shuttle starten Oh, geil Tschang Sechs vor neun Entschuldigen Sie Können Sie nicht sehen, dass ich arbeite? Ja Nein Du tippst doch einen schwarzen Bildschirm Ach, schwarzer Bildschirm habe ich Ach, schwarzer Bildschirm Ach, schwarzer Bildschirm Am Blue-Screen Ja, ja So, das heißt, wir sind von rechts gekommen, dann gehen wir jetzt mal in den linken Weg Ich will jetzt jetzt auf den Weg Okay, Deck 11, okay Das heißt, wir kommen nicht über die Deck 10 Wir kommen nicht auf Deck 15, auf diese Art und Weise Rettentow-Lift Ich glaube, hier haben wir eh fast alles, oder? Ja Ach, guck mal, hier ist wieder die andere Konsole Mhm Kann ich hier was machen? Kann ich einsperren? Schade Geh zu der Klappe runter Ich guck mal, ob ich hinten irgendwie Na, guck ich da nicht hin Doch so Okay Toll Sag der noch was Ne, ich habe ihn eben schon Entschuldigen Sie Ach, doch jetzt Ja Okay Noch ein Klon Kommen wir gerade, oder? Habe ich ein bisschen Mühe? Äh, nee Deck 9, Computer Relais Das war das, was man auch in der Mission umschreiben musste, damit das Computer Deck Energie bekommt Und jetzt Es ist ja auch Die ganzen Decks hier, als die Voyager gerade früh beschädigt wurde Die Fort in der Fortschlande, ja? Mhm Bitte wählen Sie ein Deck! Was war denn jetzt die Missionen? Ähm, Shuttle-Ramp habe ich irgendwas gelesen, ne? Ja, und Deck 15. Wollen wir das von 11 erreichen? Da waren wir gerade. Das war der Maschinenraum. Da war nicht wirklich viel mehr. Ja, vielleicht jetzt, wo wir den Zugriff haben auf verschiedene... ...zusätzliche Türen. Okay, gehen wir nochmal zurück in den Maschinenraum. So, haben wir jetzt hier Zugriff? Nö. Ja, da geht's nämlich normalerweise in zu den ganzen... ...Chefra's Röhren. Schade. Ja. Tja. Oh, die Computer sind... ...Zugriffscode für Energierilais wird angezeigt. Nö. Kann man jetzt... Zugriff gewährt. Energierilais wurden durchtrennt. Ich speichere mal den ganz kurz. Äh, saving, dann. Okay, aber man kann hier nicht mehr einen manuellen Namen geben, okay? Jetzt hat Thoris einen miesen Tag. Warp-Kern abgeschaltet. Hören Sie auf! Hahahaha! Ist das richtig? Geil! Ach, schade. Hören Sie auf! Das hab ich gesehen. Schade. Können wir noch ein? Ja, den müsstest du wahrscheinlich von vorne machen, aber das eine hat schon Spaß gemacht. Gib mal ein. Der Cap ruft gleich runter. Ich kann meinen Kaffee nicht reproduzieren. Was ist mit dem Warp-Kern los? Nochmal? Ja, dann musst du zuerst auf die andere Konsole. Hier nochmal, nochmal den Code holen? Okay. Ja. Ne, passiert nichts. Schade. Gut, aber hier ist einfach nichts mehr auf Deck 11. Ja. Jetzt mal zurück zum Turbolift. Äh, Maschinenraum. Äh, Maschinenraum sag ich. Da waren wir gerade. Bitte wählen Sie ein Deck. Transporterraum. 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 Was, 4? Ah, Hazard Operations. Deck 4. Hazard Operations. Wie wäre das mit einem guten Orientierung? Ich glaub den Frachtingsbeamen. Die da vorhin auf dieser, äh, Plattform standen, ne? Genau. Vorhin vor zwei Folgen mittlerweile. Also. Damals. Tschüss. Yeah. Die Fruchtkartons. Fruchtcontainer. Äh. Ziel 1, Ziel 2. Oh Gott, das erinnert mich an Next Generation, an die blöde Transporter-Folge-Mission. Transporter aktiviert. Bitte begeben Sie sich auf die Transporter-Plattform. Oh. Ich hab ein Ziel gewählt und jetzt, äh... Ähm. Polka. Hiii. Trasko erfolgreich. Wir machen das immer so. Reisen mit Stil. Ich dachte, wir kommen noch mal vorbei. Können wir noch mal einen Alarm haben? Schade. Ja gut, aber hier ist ja nichts mehr, ähm... Aber da haben wir keine... Figur gefunden auf dem Deck, oder? Ne, hier war halt einfach keine. Nicht bei den Janewells Kaffeebecher? Bantan hat sich immer noch nicht eingerührt. Nee, es ist mittlerweile kalt geworden. Nee, ist einfach nicht. Oder, oder? Wir könnten vielleicht versuchen, über die Sicherheitscodes... ... den Computer zu hacken. Nee, macht er nicht. Kein Zugriff. Wie sie schon guckt. Raus aus meinem Quartier. Bitte wählen Sie ein Deck. Okay, was müssen wir noch machen? Die Shuttle-Straßen. Deck 10. Shuttle-Rampe. Da war ja auch was. Hey! Sorry, ich habe hier zu tun. Aha. Deck-Karte, okay. Aber auch kein Deck 15 dabei. Turbo-Lift, Jeffreys... Oh, Jeffreys Tube. Das ist nur Deck 10. Ja. Gut, aber wir sollen besuchen Sie Deck 15... ... den Shuttle starten. Mhm. Müssen wir runter wahrscheinlich, oder? Ich vermute es fast. Lift schon wieder. So, von da... ... aus... ... da... ... ja. Zwang gekonnt war. Mhm. Ah, hier ist nix... ... da... ... da... ... auch nicht. Da drehe ich mal um, weil da ne... ... Figur vielleicht irgendwo versteckt. Wir könnten hier hoch nochmal, das geht ja hier hinten über diesen... ... schnell schauen wir da ab, genau. Ah! Schön Ruhe, ne? Oder? Mhm. Haben wir jetzt... ... sieben von neun? Seven of nine. Seven of nine, ja. Lassen Sie sich vom Transporter zerquetschen. Aha. Da ist ein Chiefman. Muss doch mal draufdrücken. Ich könnte mal die Rolltreppen einbauen. Gern ja. Wohohohohohohoho. Warte, da kommt man jetzt gar nicht rein. Ach, wie mies. Es ist ja gemein. So. Lalalala. Also von hier kommen wir... ... wie kommt man überhaupt in der Shuttle rein? Jetzt war ganz doof gefragt. Tom? Oh, hi. Ken? Kann ich Ihnen helfen? Alles gut, dann musst du verstärken. Huch! Ja. Ja, Entschuldigung. Oder? Ehhh... Oh... Ah! Versteuerung. Haupttore zur Shuttle-Rampe können nicht geöffnet werden, solange das Kraftfeld aktiv ist. Okay. Ich möchte das zweite machen. Shuttle-Rampen-Kraftfeld aktiviert. Okay. Shuttle-Rampen-Haupttore geöffnet. Uhuhuhuhuhu. Yay. Das kennen wir doch schon wohl auch. Starten Sie ein Shuttle. Wo starte ich das jetzt? Vielleicht nochmal bei der Konsole? Naja. Naja, ich kriegst nix. Wir hatten nur Krisslbittchen. Krisslbittchen. Ah, vielleicht da oben irgendwo? Schauen wir mal. Hier. Hier ist ja nix mehr. Ja. Oh, die ist... ... auch nicht. Fahrschlbittchen vielleicht von da drinnen? Ich weiß noch nicht wie hier. Das ist nur die Deckkarte. Ja, das passt doch nicht. Das ist nur die Deckkarte. Ja, das passt doch nicht. Das ist nur die Deckkarte. Atmosphärische Eindämmung. Probier nochmal runter zu springen. Hier? Ja. Ja. Ach, diese Undor-Klemmen hier? Vielleicht. Undor-Klemmen nicht! Okay. Ja. Wir sind schon mal weiter. Ja. War da drinnen noch was? In dem Raum? Auf der anderen Seite? Da ist schwarz. Dreh dich noch einmal kurz. Okay, geht's da noch weiter? Okay, da waren wir gerade hier. Okay, und können wir da rausspringen? Nö. Das war der Weg aus der Mission, als hier Feuer war. Mhm. Wie wir hier hinten hin mussten. Nee. Schießen wir mal aufs Shuttle. Fühl ich dich! Das wird's bringen. Schade. Moving! So wie die hier jetzt vielleicht. Shuttle Andromeda wird gestartet! Tschüss! Ciao! Wo immer auch hin? So. Es ist nur noch Deck 15 offen. Hier kann mich nicht mehr bewegen. Ah jetzt. Ich glaube nach den Missionen werden wir degradiert. Was haben wir gemacht? Wir haben schon wieder ein Shuttle verloren. Ja. So Deck 15. Ah. Vielleicht über den Transporterraum nochmal. Irgendein anderes Ziel halt anwählen. Ja. Eins zu dem wir nicht kommen. Ja. Ja. Aber da ja auch nicht wirklich stand was das ist. Bitte wählen Sie ein Deck. Wir kommen nicht zu 67. Aber wir können... Warte mal. Wir gehen mal auf die Krankenstation. Da haben wir noch eine Ahnung. Doc besuchen. Genau. Und Foster. So. Besatzungsmitglied. Entschuldigen Sie. Können Sie nicht sehen, dass ich arbeite? Ah. Herrlich. Zu den Quartieren müssen wir dann auch nochmal gucken. Ja. Ja. Stimmt. Und Paris und so weiter dann verfügbar sind. Hallo! Entschuldigen Sie. Kann ich Ihnen helfen? Oh. Krankenstation. Da gibt es sicher auch nochmal eine Figur. Krankenstationsbibliothek. Oh je. Bendy-Syndrom. Holodiktion. 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 Oder Holodiktion. Ja. Wenn du den untersten, äh, hinkriegst bin ich stolz. Wenn du den untersten, äh, hinkriegst bin ich stolz. Was? Nicht. Vielleicht. So. Ne, dies hat's jetzt gebracht. Hoppla. Ähm. Okay. Spannend. Tür. Hä? Warum wir nicht rein? Zugang gewährt. Hä? Hä? Pfff. 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 Irgendwie nicht so gut. Pfff. 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 Wie lange hätte er es gewartet, bis ihn irgendjemand rausholt? Wahrscheinlich ewig, ne? Oh, wie ist das denn hier zu? Nee. Ähm... Beesman! Hallo? Und ich mal. Ähm... Ja, danke! Nix wie raus, da. Okay, Decorder, Hypo-Spray, Pad... Föderations-Pad! Texte. Ja... Krankenberichte vom Doktor... Cell-vrrrrrt! Was? Foster? Ist schlecht gelaunt? Jetzt ich aber schnell... Ah, Lieutenant Foster, sonst muss ich hier unter dem Borg... Und aber auch einiges... Ohohoho! Quetschungen, Quetschungen, Quetschungen! Und leichter Gehirnerschütterung! Hat aber oft wo reingegriffen! Ja... Okay... Doktor? Doktor? Ah, Mr. Monroe! Ah, der hält uns richtig! Ihre Verletzungen scheinen nur oberflächlicher Natur zu sein. Wir werden trotz der leichten Reizung Ihrer Haut keine Hautregeneration durchführen müssen. Möchten Sie vielleicht eine schmerzlindernde Salbe? Hm... Wir sehen mal an! Ja... Yeah... Messer! Alter, was sind Rekorde? Ja... So sehen die Laptops heute aus! Ja... Ja... So, dann kommen wir hier an die Jeffers-Röhre rein! Na, Foster, alles fit im Schritt! Der antwortet nicht! Der antwortet nicht! Ich wollte was machen! Huch! Hoppela! Aber cool, dass man sowas machen kann! Hm... Hm... Na... Okay, nur einmal! Oh, scheinbar! Operation starten! Yeah! Okay... Was haben wir noch? Oh, da ist die Figur! Äh, Beastman! Oder? Hm... Photonen! Schuss! Schuss! Stuss! Futtervoller Stuss! Acht von... Hallo! Ja! Ja! Schneller! Ja... Mhm... Herrlich! Gibt es vielleicht einen Deckplan? Ist noch irgendwas mehr? Oh! Äh... Security Lab? Hä? Da kommen wir überall nicht rein oder was? Snap! Schaut nicht sowas! Und Lift! Ja, da unten ist die Krankenstation, oder? Eins, zwei und drei! Zurücktreten! Was? Was war denn das für ne Handgeste? Yay! This way! Hehehehe! Okay... Ähm... Dann nochmal... Bitte wählen Sie ein Deck! Genau! Deck 4! Hazard Operations! Wollen wir schon da? Dann machen wir schon... Deck 8! Okay... Schau nochmal ganz kurz auf die... auf die... Deck... Deck... Wo man hin kann... Bitte wählen Sie ein Deck! Fünf, sechs und sieben... Okay, passt! Sechs und sieben fehlen! Ja... Okay... So, ähm... Ventralerhaltung... Maschinen... Ach, das steht da unten sogar! Shuttle Rampe, Astometrie, Frachtraum, Krankenstation, Casino... Rücke... Hä? Waren wir in Casino schon? Ja... Ganz am Anfang? Ja... Deck 2 ist das... Waren wir auf 8? Ja... Ne... Ventralerhaltung waren wir nicht... Dann schauen wir mal hin... Aktiviert! Bitte begeben Sie sich auf die Transporter-Plattform! Ja, ja... Machen wir schon! Deck 15! Echt? Ventralerhaltung! Ah... Weißt du wo das ist? Das war auch in so ner Folge... Das kam in der Voyager vor, wo diese... Vier... Vier Crew-Members oder so, die man da begleitet hat... Genau, äh... So... Wo... Kann man sich hier orientieren? Sieht alles gleich aus... Äh... Lehrergang... Voll... 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 Okay, machen wir mal die Rand voll hier... Okay... Das macht's gefühlt einfach... Ach guck mal auf einmal... Gibt's hier einen Turbolift oder wie? Bitte wählen Sie ein Deck! Der Neco... Ja... No Return... Point of No Return, ja... Ja, das macht's wirklich einfach... Mhm... Boak Slayer... Spiel? Was? Ein Minispiel vielleicht... Okay... Boak Slayer... Ja... Hallo Krimi... Ach, wie sieht das da unten? Ah, andere Ansicht... Oh Gott... Hast du Waffen oder so? Äh... No... Naja... Okay... Also wenn dann... Musst du auf die Portale klicken? Also musst du da drauf hüpfen? Ja... Wahrscheinlich um sich zu drehen, ne? Ähm... Okay... Weißt du, so ist wie versteckt ist da berühmt? Ja... Ja, wir kommen ja erstmal... Kommen wir bis hier... Ah, das kann man abschießen wahrscheinlich... Ja... Das heißt, wir brauchen ne Waffe... Oh, wo ist ne Waffe? Dahinter... Hä? Mal springen... Ja... Oder hoch springen... Naja... Ah... Steig mal auf das da... Ah... Da drauf... Jetzt ändert sich das Level... Jetzt kommen wir auf... Zu anderen... Gebieten... Okay... Dann müssen wir uns vorher ne Waffe holen... Ist ja geil... Da ausweichen... Ah... Okay, dann wie kommen wir an dem Bock da vorbei? Ähm... Einfach durchlaufen... Was ist denn das, Alice? Ja... Ja... Yeah... Alter... Du... Gänzt sie ohne... Was ist denn das Geiles? Gänzt sie ohne faden... Gott sei Dank... Das ist echt ein bisschen mies... Alter... Was ist denn das da? Hübsch... Wie können wir da die Burg reinschicken? Ich hab kurz gefockelt. Ich hoffe, die Pumpe geht nicht an. Sieht aber nicht daran ausgesetzt, dass sie wahrscheinlich schon längst ist. So, äh... Da kommen wir ja auch durch. Jetzt auf einmal nicht mehr, oder wie? Warte mal. Da ging's doch vorher grad noch durch. Nee, wir kamen von da hinten. Oder das Kraftfeld ist auch nicht mehr. Das Kraftfeld war doch vorher nicht an, oder? Ist nicht egal. Schau dir mal die Wache daneben. Die haben sich angepasst. Schau dir mal die neue Wache. Ja? Sehr schön. Bam, 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 bam! Was? Ihr könnt über Wände schießen? Wie ist das denn? Na komm schon. Ach, lauf einfach rein. Keine Chance. Ähm... Zerstören Sie diesen Feldgenerator. Welchen Feldgenerator? Den da? Äh... Den da? Oh, der Platzieros da hinten war. Ist da? Der ist in Lebenserhaltung. Kann ich eigentlich einfach einsperren hier wieder? Ähm... Moment. Jetzt können wir da durch. Ah, jetzt nicht mehr. Wo denn? Da hinten ist nichts mehr. Da, klick nochmal. Wo denn? Ja, wenn du dich drehst, dann kann ich's dir zeigen. Aber dabei kann ich's dort nicht sein. Dreh dich nochmal. In eine andere Richtung. Genau. Und da geht's jetzt nämlich weiter. Ah, das Kraftfeld ist aus, okay. Genau. Dann sperren wir die Poke hinter uns einfach mal weg, indem wir hier das Ding so... Ja. Okay, oh Gott. Haha. Mal speichern. Folge ist zu Ende, aber wollen wir das noch machen? Oh, wie richtig zu speichern? Äh... Ja, dann, äh... Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das geht irgendwie kurz hier. Ähm... Okay. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Mal Hummel. Mal Hummel holen muss man aus. Oh Gott. Und wegtreten. Mal Hummel ho plastics. Okay. Untertitelung. BR 2018